Hallo und Willkommen bei Ward the Vikings Shieldmade Special 2 im Grunde und das ist eine neue Map die heißt Tide, eine etwas sandige Map. Ich versuche mich hier mal mit dem Speer, weil der gehört ja zum Shieldmade dazu. Dann probieren wir das am besten mal aus, alles. Okay, ist das irgendwie eine Stoßattacke oder so? Also gibt es eine Stoßattacke, gibt es zwei, aber ey du Bängel, fuck off. Mist, das war jetzt mega dumm. Was ein Dreck. Ach Gottes Willen. Ich mag den Speer nicht, ich hasse Speer. Ich mach das einfach nur um ihn zu zeigen. Ups, das ist jetzt peinlich, aber passiert, passiert. Du bist doch scheiße. Das ist echt kacke. Das Team ist wieder mal viel besser als unseres Dreck. Ich sollte aufhören Speer zu werfen. Was zum Teufel, wie? Das ist doch nicht normal. Gott. Das riecht mich echt schon wieder auf. Aber wie kann man... Fick dich. Was zum verfickten Arsch... Deine... Man... Man... Dumme Scheiße. Hä, wie zum Teufel kann... Ey, wollt ich mich alle verarschen? Lass doch dich ja mal normal, dreimal den Sem... Guck. Der spammt doch drauf, du Kack-Noob, alter. Na gut, ich werf meine eigene Leute ab, aber das zählt nicht. Ruhe. Guck. Ne, ne, ne... Mann, und so nicht auch von Gegner werft, aber ich steh' nicht. Guck. Ja! Jaaa! Oh Okay Oh Auf dich du F***e Oh, bleib dir hier Nächstes Schließ dich am Boden ab Ah Oh Gott, was für das Da kam echt was an Ah, verdammt Ja, da hab ich nen Speergeruch reingekriegt oder irgendwas Hier sind sie am Boden schützen, Lord Shower Take my spear of justice Verdammt Oh, kacke Oh, jetzt hat sie mich gehauen Gestorchene blöde Kuh all HG sterben Sie sticht um Nichts auf meine Beine Wieso renne ich da hin, wenn ich eigentlich Unterstützung bräuchte Wieso Warte Ich bin so unklug Bende Jing, Bende Jing, Bende Jing Bende Jing Verdammt Aber Später werden nicht meine Lieblings Waffenart werden werden Oh, ja, jetzt hab ich mal nen richtigen getroffen, ey Okay Wie hat die den denn jetzt gemacht? Ich weiß gar nicht Der Der à Gernot mal rein Wie kann ich diesen Ausweichschritt… know Spezialfähigkeit, warten Okay Was mach ich denn da, verfa... Geh kacken Nein Stecht sie ab Schlitzt sie auf Hallo, werde ich hier mal umgebracht? Ach komm Ganz viele laufen mit der Shieldmaid rum Aber die ist doch cool Maiden of War Come at me, bro Come at me Nein, geh weg, bro Nein Oh Gott Ah, ist zu zunig Na komm Lohnt sich nicht Das kann doch nicht wahr sein Ah Ah, mein Oberschenkel Aua A day of defeat But soon to be forgotten Okay Auf Stronghold, nun Natürlich die wieder Weil ist ja special Konquest Drive them out Their lands are ours Haben wir das schon eingenommen da, oder? Ha, ja, scheint so Man, ihre Rüstung ist einfach mal fucking awesome, finde ich Was, ihr werft mit Lanzen? Werft auch mit Lanzen Oh Gott Aber wenn ich damit werfe, dann sind es wieder Heiden Getumult hier Bam Ja, richtig, dieses Mal erwischen Fahrt Fahrt Wow, 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 wow Nein, jetzt habe ich auch noch wieder einen von uns getroffen, ey Ich hasse es nicht, ich bin so schlecht im Sperrwerfen Ich hasse es nicht, ich bin so schlecht im Sperrwerfen Ich habe den voll in die Fresse gekriegt Ja, ich kann eigentlich die mich selber Und, äh, kommt weiter Aua Wow, wow, wow Hui Gut, dass das Schild so groß ist Das finde ich immer noch merkwürdig. Warum kann man eigentlich ums Schild umschlagen? Es ist so gigantisch. Das verstehe ich immer noch nicht. Oh, das wäre zu schön gewesen, wenn ich jetzt eingetroffen hätte. Oi! Take the meatball back! Was? Du willst auch... In your face! Ah, oh, das war ein Instant Kill. Der hat mich voll erwischt. Und ja, früher bei den Wikinger haben auch Frauen gekämpft. Das stimmt. Wohl. Bei... Gemerkt. Oder so. Kacke, der hat... Den hat's erwischt. Oh. Stech die hin! Legst ihn auf! Nein, meine... Maustastatur. Meine... Tastatur. Spinn. Wow. Puh. 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 Hä? Trägt der zwei Metal? Yo, zieht euch das rein. Zwei Stück? Wie geht... Wie zum Teufel soll das denn gehen? Hä? Okay, ist ein Bug. Ist ein Bug. Ist ein Bug. Oh, alle hinter einen her. Ein bisschen böse. Ein bisschen gemein. Ah! Da hab ich ihn feil in die Fresse bekommen. Oh. Unschön. 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 Unschöner Tod. Also, natürlich ist die daran gefreckt. Unschöner Tod. voll der gute Server Siberia Gegnerteam ja dann sollen Kack-Ami auch nicht auf den europäischen Server gehen welcher Arndt hat mir den Fuß geschossen ach das ist ein Speer oh Gott was ist das für eine Kacke stecht den nachher falsch falsch Person wow wow nein das hast du nicht so ein Speer die haben nur einen Punkt wo die ja hinstechen nur oh man oh man ach ja ich bin mal gespannt 30 Star The Stomping Land das so wird schön mit schön als Maya Kieger mit grunde Dinos jagen wow 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 schläg schläg nicht auf meinen Behn genau oh cool kaum schlimmer als in World of Warcraft hier mit Jim Spaw wow wow sogar getroffen Ha! Be careful there, people. Wir müssen erstmal einen Blick über die Lage verschaffen. Ui, und die Lage sagt, ich bin echt am Arsch, wenn ich da rausgehe. Äh, verkackten Speer, meine Schatz. Oh, der hatte mit den, ähm, Stier. Was, Corvus, ja, von mir aus, schmeiß den raus aus dem Gegner-Team. Ist ja jetzt zu mies, aber scheiß drauf. Wo ist der Kack-Bogenschützer da oben, hab ich genau hier gesehen. Na, uuuuh, Mist. Jetzt, ins Schild rein. Hier. Drive them out and retake it! Drive them out and retake it! Stürm, zieh! Charge! Oh nein, das war doof. Das war so zum Kacke. Dreck! Das war jetzt echt fair. Vor allem feinsten. Habe ich sie getroffen noch? Ich hab sie sogar noch getroffen! Stecht sie ab! Na gut. Oder macht sie mit der Axt kaputt. Weiß auch immer. Auf die Spirme! Verdammt. Woa, woa, be careful, bitch! Woa, woa, woa! 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 Wie geht's denn? Kack! Fuck! 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 kommen Prozent Let's move Schäckchen wir müssen auch mal über die Meter hinaus kommen verdammte Hacke Oh ne, hier wär's ja verdammte Angst Ich hab' mich gemacht Wenn meine Leute mich nicht bei einer Tür blockiert hätten Warum habt ihr mich blockiert, hä? Warum? Lauf nicht weg, ich werde mit dir Bingo Rechts Scheiße Nein, oh, falsche Person, falsche Person Sorry, sorry, tut mich leid Nicht Mann Oh Ist nicht mein Tee Aber ich bin mal Level 19 Dauert nur noch lang Spare Geld für ein Schwert Ein scharfes Schwert Kacke Jetzt regen die sich echt über Teamkiller auf Das ist nun mal normal in dem Spiel hier Weil... Man kann... Sein Verkacken Weg des Schwertes nicht Anhalten Hoch Ach, hab ich dich jetzt gehaften Das tut mir aber jetzt leid Verdammter Teamkiller In your ass In your ass Baby Nein, no shovel Shuffle 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 Just save me while I'm healing Just save me while I'm healing Just save me while I'm healing Waaah, das ist ein enemy enemy inbound Steck sie ab! Aua! Heil mich wenigstens! Ach, geht doch. So geht das, wenn sie sich nicht beschweren hier. Ich hab mich getinkelt. Bogenschütz in der O. Steck den Arsch ab! Steck den Arsch ab, bevor er wieder lebt! Den könnt ihr auch abstechen! Alle abstechen! Alle! Hoch da! Die stechen wir ab... Okay, die stechen wir vielleicht nicht ab. Derweil hab ich's raus mit dem Sperr ein bisschen. Geh und verreck doch! Komm at me, bro! Komm at me! Right behind us! Bäm! 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 Äh... Was? Mega leck? Oh, fuck! Oh, der... Ah! Ah! Ah, nicht auf mein... Slap my ass! Ah! Ah! Ha, ha, ha! Ah! First have never Ladies all lost. Wo sollen wir denn nowadays uner�etes Maed's herbekommen? NWe, nWe, nN, 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 nN. Einer oder Nini. Die Arschlöcher werden ab und ich sterbe. Ja, die haben auf meine Brüste geschlagen, ich brauche nur einen P. Werf den Speer. Fuse. Äh, puh! Papiss dich, du. Muschikop. Dir. Oh, sieht die aus. Ich hab ihr ins Gesicht gestochen und die war blutig. Bitch. Schön. Schöne Sache. Danke. Ich weiß noch nicht, an wen es gerichtet war, aber... Nein! Boah, Kacke. Ich hab den doch genau noch. Ey, jetzt... Nee. Geh da kaputt. Was ist denn das für ein Kacke hier? Die, die Schlampe muss noch sterben. Ja! Uuuuh! Uuuuh! In your... Ass! Gewonnen! Glaube ich. Nee, verloren. Danke. Ja. Okay. Freunde, das war's mal wieder mit What the Vikings. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.